Was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen World's Finest Gamer am Start und in diesem Video möchte ich euch einen Solo Unlimited Money Glitch zeigen bei dem wir uns Straßenfahrzeuge verdoppeln können. Diesen Glitch habe ich vor einigen Monaten schon mal hochgeladen aber da ich in letzter Zeit so viele neue Abonnenten bekommen habe die den Glitch vielleicht noch gar nicht kennen und da dieser Glitch auch immer noch funktioniert habe ich mir gedacht lade ich diesen Glitch jetzt an dieser Stelle einfach noch einmal hoch. Das ganze funktioniert jedenfalls auf der PlayStation 4 auf der Xbox One und auch auf dem PC und diesen Glitch könnt ihr entweder Solo machen oder ihr macht das ganze mit einem Freund zusammen. Und wie ihr es auch gerade schon hören könnt geht es mir wieder ein bisschen besser ich bin zwar noch nicht ganz gesund aber wenigstens kann ich heute schon wieder normal reden ohne dass ich die ganze Zeit husten muss. Als ich am Mittwoch das Video über das neue DLC was wir bald bekommen werden für euch machen wollte ging gar nichts mehr ich habe gefühlt nach jedem dritten Wort mich tothusten müssen und deshalb hat Fraps dann dieses Video für euch kommentiert. Auf jeden Fall noch einmal fettes Dankeschön an Dichtiger und wer von euch Fraps noch gar nicht kennt kann ihn ja gerne mal abchecken den Link zu seinem Kanal findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Bevor wir aber nun zum eigentlichen Glitch kommen vergesst nicht mein aktuelles Unlock-All-Gewinnspiel bei dem ihr einen von 10 Unlock-All-Accounts gewinnen könnt die ich selber gemoddet habe und wenn ihr auch bei diesem Gewinnspiel mitmachen wollt müsst ihr nur mein Abonnent sein ihr müsst dieses Video liken und ihr müsst einen Kommentar schreiben warum ihr gerade gewinnen solltet. Die Auflösung gibt es dann am 4. März und bei jedem Video was ich bis dahin hochlade habt ihr die Chance mitzumachen und wenn ihr das ganze einfach bei jedem Video macht welches ich bis zum 4. März hochlade ist eure Chance zu gewinnen deutlich höher. So aber kommen wir jetzt an dieser Stelle mal zum eigentlichen Glitch. Zunächst einmal müsst ihr in einer öffentlichen Lobby sein in der sich wenigstens 27 Leute drin befinden denn leider funktioniert der Glitch nur in einer Lobby wo 27 Leute drin sind. Seid ihr nun in einer solchen Lobby drin solltet ihr auf jeden Fall in den Passiv-Modus gehen damit ihr nicht von den anderen Spielern abkommt. Und dann sucht ihr euch ein Straßenfahrzeug welches ihr euch verdoppeln wollt und mit diesem fahrt ihr dann zum Los Santos Customs. Seid ihr nun im LSC ändert ihr einmal kurz die Farbe des Autos und testet dann ob der Glitch bei euch in dieser Lobby auch wirklich funktioniert. Normalerweise funktioniert dieser Glitch in jeder Lobby wo sich wenigstens einmal 27 Leute drin befunden haben aber testet das ganze erst einmal denn wir wollen ja nicht dass ihr jetzt Geld verliert wenn ihr diesen Glitch macht. Habt ihr das ganze nun getestet und der Glitch funktioniert in eurer Lobby fahrt ihr erneut ins LSC und dort tunet ihr nun das Straßenfahrzeug komplett auf. Das heißt ihr kauft immer das was am teuersten ist damit das Auto dann beim Verkauf das meiste Geld einbringt. Das einzige was ihr halt nicht machen dürft ist einen Peilsender oder eine Vollkaskoversicherung kaufen denn sonst würde der ganze Glitch nicht mehr funktionieren. Habt ihr das Auto nun voll aufgetunet fahrt ihr mit dem Auto zu eurer Garage und dort parkt ihr das Auto nun so dass sich der blaue Kreis von eurer Garage direkt neben der Fahrradtüre befindet und wenn ihr dann aussteigt dass ihr dann direkt im blauen Kreis steht und dass ihr dann direkt in eure Garage geworfen werdet. Seid ihr nun in eurer Garage geht ihr ganz einfach hin und verlasst die Garage wieder und wenn ihr nun draußen seid fahrt ihr ganz einfach mit dem Auto wieder zurück zum Los Santos Customs. Seid ihr nun beim Los Santos Customs angekommen müsst ihr nun einen NPC Charakter wie Simon oder Geralt anrufen und euch dort eine Kontaktmission anfordern. Wichtig ist aber auch dass ihr jetzt nicht bei Martin anruft denn dieser kann euch auch mal eine Einladung zu einem Gegner Modus schicken und wir brauchen für diesen Glitch halt eine Kontaktmission. Habt ihr nun so eine Einladung auf eurem Handy parkt ihr das Auto jetzt so vor dem Tor des Los Santos Customs dass wenn das Tor aufgeht dass das Tor dann aufgehen kann. Und dann parkt ihr das Auto so dass wenn das Tor wieder zu geht dass das Tor aber nicht ganz zu gehen kann weil euer Auto ja direkt unter dem Tor des Los Santos Customs steht. Habt ihr das nun gemacht geht ihr nun in eure Jobliste von eurem Handy und dort startet ihr nun die Kontaktmission. Seid ihr nun im Jobmenü der Kontaktmission angekommen drückt ihr nun einmal die Kreis und danach die X Taste um das Jobmenü ganz einfach wieder zu verlassen. Nun werdet ihr neben eurem Auto spawnen und nun müsst ihr ganz schnell in euer Auto einsteigen und dann müsst ihr die R2 Taste drücken um direkt in das Los Santos Customs reinzufahren. Nun müsst ihr runter auf Lackierungen gehen und dort müsst ihr dann die Farbe des Autos ändern. Ich empfehle euch einfach die Farbe in der Kategorie Klassisch zu ändern weil dort halt die billigsten Farben sind. Habt ihr das nun gemacht verlasst ihr einfach wieder das Los Santos Customs und wenn ihr nun alles richtig gemacht habt werdet ihr nun merken dass sich draußen ein weiteres Auto befindet welches noch die alte Farbe von eurem Auto hat. Nun parkt ihr das Auto in dem ihr gerade drin seid irgendwo wo es sicher ist oder ein Freund von euch passt jetzt ganz kurz auf das Auto auf damit dem Auto auch wirklich nichts passiert. Und ihr steigt dann in das andere Auto also mit der ursprünglichen Farbe des Autos ein und fahrt dieses Auto dann ganz einfach in eure Garage. An dieser Stelle wollte ich das Ganze eigentlich alleine machen aber dann kam halt ein Abonnent der auf das Auto aufgepasst hat und der hat dieses Auto dann direkt zu meiner Garage gebracht. Auf jeden Fall nochmal danke an Mr. Affe mit Waffe war auf jeden Fall korrekt von dir dass du direkt gecheckt hast was ich da mache. Und wenn ihr das Auto nun in eure Garage reingefahren habt könnt ihr nun wieder in das andere Auto einsteigen welches ihr gerade in Sicherheit geparkt habt oder auf das ein Freund gerade von euch aufgepasst habt. Und mit diesem fahrt ihr dann einfach wieder zurück zum Los Santos Customs und macht den ganzen Glitch wieder von vorne. Und so könnt ihr euch in ca. 20 Minuten eine Garage komplett vollglitschen. Leider beipasst dieser Glitch aber nicht die 45 Minuten Wartezeit aber dennoch könnt ihr alle 45 Minuten ein Auto verkaufen und bekommt pro Auto ca. 200.000 Dollar. Ich hoffe ihr habt nun alle diesen Glitch verstanden und von daher bin ich jetzt mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du neu auf meinem Kanal bist dann abonniere mich kostenlos denn dann verfasst du in Zukunft nie wieder einen krassen Glitch in GTA Online. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.